Jahr kurz das Spiel abgeschmiert Prozent wenn wollten wir genau ihn so dann gehen wir jetzt direkt wieder raus ja wir gehen direkt aus ich hab grad Buklet habe ich leider nicht mehr von dem Spiel das heißt Steuerung weiß ich nicht bevor du dich auf der Lego-Insel umsehen kannst musst du dich erst einmal in unser Buch eintragen das ist halt so nicht mehr so recht überlegen ist das das Einzige was man auf der Lego-Insel tun muss das und gut drauf sein natürlich ja wir sind gut drauf ja gut dass er sagt ja ich hab vergessen unser Profil zu nehmen genau so ja die Lehrschaft ist eines der wichtigsten Sachen im Spiel damit damit alles kippen kann so ihn wollten wir nehmen Skippen zurück zurück raus genau äh ich hab grad ein bisschen geguckt bei alter F4 Gamer er hat einfach draufgeklickt auf das Fahrzeug und ist damit gefahren okay es geht's irgendwie nicht äh ja dann gehen wir mal zu Fuß aber wow sind wir zu schnell steuerung ist so scheiße kommen wir seitdem ein holl ist aber zu einfach äh oh sind wir schnell zu Fuß dann muss man Minecraft sein also Sprinten bei Minecraft ja genau über diese behinderten unsichtbaren Wände was auch genau auf dem Weg bleiben muss doch fick dich doch aha ärgern wie kann ich mich ärgern ist er behindert okay den ersten Stopp machen wir an einer Tankstelle okay wie komm ich da denn rein okay es geht irgendwie nicht oh und die Musik ist so geil komm wir da rein wow wow was hab ich jetzt gemacht yeah you spin me right round baby right round hey hey hab geschafft genau labern du auch nicht hier seid doch bindet hallo ich kann ich da rein ach jetzt wo es genau bestimmt genau einen Punkt treffenden 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 die Musik ist so geil ne ah ja wir gehen erstmal dahin Auto bauen er redet wieder nicht skippen so äh wir nehmen uns das Teil na das ist jetzt mal nicht genau so können wir das ändern mach ich jetzt ah ah du kannst einfärben ah geil ja darf ich jetzt bitte ne die Euro könnte sein bauen na auch für ihn aus die ich habe das alles doch beachten verbunden oder auch nicht mehr hast du jetzt meine ich das erste Teil war geschafft egal du nervst so das haben wir auch schon grün jetzt kommt das das da lass mich das Teilnehmen Alter warum nervst du was ist das denn das ist mir egal ich werde erstmal Hallo Lohr und das Teilnehmen machen den grünen Rächer ach ha 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 funktioniere warum kann ich das Teil nicht nehmen ah jetzt ich hab's geschafft grün wenn ich wüsste wo ich die Teile anklicken muss damit es geht ja schon ein großer Fortschritt nervst du jetzt mal nicht Mensch ja da oben steht ich weiß was ich nehmen muss aber ich krieg so nicht ja ja die Wartung ist richtig umgedreht ist darf ich das teil bitte nehmen warum krieg ich das binderte Ding nicht warum hast du gerade einen anderen mitgekriegt läuft schon wieder nervt der Typ mich, ey oh man hallo, warum geht das nicht okay äh, da ist ja schon viel weiter ich will auch ja das weiß ich wie ich das nehme wie lege ich das wieder weg, ah wenn ich wüsste wie die Maus ist so ich ungefähr weiß wo ich drücken muss ahaha, wir nehmen ihn denn nach Ding, man Info, kommt er wieder zurück zum Anfang, oder? Ja genau ja dann, dann gehen wir jetzt mal meine Damen und Herren, bitte die Motoren starten jedenfalls alle, die hierher kommen wollen wohin? An die Rennstrecke der Lego-Insel natürlich wo man rasante Rennwagen bauen und in Lego-Runden um die Wette fahren kann meine, meine, meine okay ich muss also echt zu Fuß hinlatschen egal, dann gehen wir jetzt erstmal in den dritten Stock dritten Stock bitte hui hui, wie geht's so aus ah, das ist so'n geiles Feature kann alles dunkel machen Farben ändern hell machen wo ich auch bin, wie weit ich auch war Lego-Radio ist da wenn du mich in Ruhe lässt, gebe ich dir einen klitzekleinen Hinweis aber das war's dann wenn du nirgendwann eine kleine Pause einlegen willst zähle erstmal deine Gold-Münzen wie ich gerade drück dann einfach die Pause-Taste die ist direkt da oben auf deiner Tastatur Schuh, Flugzeuge, yay okay schöner Ausblick da ist der Fahrstuhl ja, was ist das denn hier unten ah, da werden die einzelnen Bereiche hält ah, ok so, dann gehen wir jetzt mal in den zweiten Stock wuch yeah okay, und jetzt? ah, ok, der zweite Stock ist nix interessantes ok gut äh, ja, dann das labert ah, der Bonk-Würfel nervt nicht ja, jetzt gehen wir mal raus ach die Fall-Tasten ja laufen ich will auf dem Fahrrad gib mir dein Fahrrad komm her gib mir dein Fahrrad ok, der Fahrrad kann man nicht nehmen boots wow, hab ich runtergeschmissen aha, noob geh runter, mein Fahrrad man ich will als erstes will ich gerne die Rengine Drecke machen, nervt nicht kann ich das vier nehmen? wo? ups, was hab ich jetzt gemacht? ah ah, loo nom 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 ok, wo wo sind wir hier? Ha, Helikopterbauen, das schaffe ich hoffentlich Ja, ich wüsste, wo ich klicken muss, damit ich blöden Teile krieg Ha Ha Habt's gekriegt So, wie machen wir ein Helikopter? Ja, ich hab's gekriegt Ja, ich hab's gekriegt Das Teil, oder? Ja Dürfte ich das jetzt bitte eventuell nehmen? Ja, ich hab's Ja, ich hab's Noch eins Das läuft ja echt gut mittlerweile Boah, ich bin so gut, ich schaffe es Da ist ein Weiß Lass dich nehmen Mann, los Der ist das, ne? Lass dich nehmen Bitte Ich bin schon so weit Doch der Nein, der ist das Aber warum kann ich den jetzt nicht nehmen? Komm schon Ja, ich bin schon so weit